Hi Leute, hier ist Matthias. Heute gibt es ein kleines Special. Ich bin, wie ihr unschwer erkennt, nicht im Wald unterwegs. Ich bin da, wo ich aber mindestens genauso gerne grille und das ist hier bei mir zu Hause. Heute gibt es einen Wintereintopf mit relativ wenigen Zutaten. Mitte der Woche war ich bei Petromax in Magdeburg, habe mir den FT9 Dutch Ofen gekauft und werde den auf jeden Fall heute testen in Kombination mit der Feuerplatte bzw. Feuerschale. Was man dazu braucht, ist relativ überschaubar. Wir brauchen Salz, Pfeffer, schwarzer Johannisbeersaft, einmal Kinderpunsch, ein Knöllensellerie, ein Kilo Möhren, eine Orange, Butterschmalz, ein Tee-Ei, Lorbeerblätter, eine Mischung aus Wachäuterbeeren, Thymian, Pimentkörnern und für den winterlichen Geschmack Sternanis ein paar Nilken. Als Fleischbeilage habe ich mich für Rinderbeinscheiben entschieden. Die sind gut fettdurchzogen, haben einen hohen Kollageniehalt, was nachher die Soße extrem schmackhaft macht. Das Knochenmark klingt zwar eklig, aber wird nachher in der Soße einfach zu einer reinen Geschmacksexplosion. Schaut selbst, ob es euch zusagt und viel Spaß beim Nachkochen. Jetzt würde ich gar nicht mehr so viel quatschen, sondern direkt loslegen. Wir fangen erstmal an, das Gemüse vorzubereiten. Dafür nehme ich den Knöllensellerie und werde diesen erstmal schädeln. Möhrchen und Sellerie sind jetzt in robe Stücke zerteilt. Ich darf auf jeden Fall keine Wissenschaft draus machen. Das geht nicht nach Schönheit. Das zerkocht sowieso alles. Das ganze Gericht wird im Anschluss nochmal püriert, aber da kommen wir dann später zu. Die Vorbereitungen für dieses Gericht halten sich auf jeden Fall in Grenzen. Wir werden jetzt anfangen, den Dutch-Ofen vorzuheizen, um gleich das Butterschmalz herein zu tun. Während der Dutch-Ofen vorheizt, werde ich die Gewürze malen. Die Gewürze sind ein bisschen zerquetscht worden und können jetzt ins Tee-Ei wandern. Der Dutch-Ofen ist gerade fleißig am vorheizen. Ich werde es erstmal probieren, mit ein wenig Butterschmalz um zu gucken, ob er die richtige Temperatur hat. Fängt schon an zu blubbern. Dann einen guten Löffel Butterschmalz hinzugeben, kurz anziehen lassen und dann werde ich nach und nach die Rinderbeinscheiben anbraten. Die Rinderbeinscheiben werde ich im Dutch-Ofen erstmal nur mit Salz würzen. Pfeffer würde hier vielleicht verbrennen und bitter werden. Daher erstmal nur kräftig salzen. Die Rinderbeinscheiben sind angegrillt, ich habe es rausgenommen. Am Boden des Topfes ist jetzt ein richtig schöner Bratensatz. Ich könnte ihn jetzt hier wegkratzen, aber die Aufgabe übernimmt jetzt das Gemüse. Das wird jetzt ebenfalls nochmal richtig schön angegrillt, bevor dann alles zusammen in den Topf kommt. Ans Gemüse gebe ich jetzt beides, sowohl Salz als auch Pfeffer. Dadurch, dass es dann doch relativ viel Flüssigkeit gleich verliert, besteht dann nicht die Gefahr, dass der Pfeffer dann Komponent ist. Das haben jetzt, was ganz schön finanziellt, dass die Rinderbeinscheiben Hier ist jetzt auf jeden Fall schön Schub in der Feuerplatte, das Gemüse ist soweit gut angeröstet. Und jetzt werde ich das Ganze mit dem schwarzen Johannisbeersaft ablöschen. Das war der dritte Liter von dem schwarzen Johannisbeersaft. Ich werde jetzt nochmal richtig schön Salz und Pfeffer rangeben. Das kann das Gericht auf jeden Fall vertragen. Ich arbeite hier nicht mit Brühe, von daher ist das einzige was wir hier schmacklich rausholen, eben Salz, Pfeffer, das Fleischaroma und unsere Gewürze. Dann kann das Tee mit hinein und das Fleisch. Hier ist der kleine Pfeil, da ist die Luftöffnung. So kann jetzt ein bisschen Überschüssiges an Flüssigkeit verdampfen. Zwei Stunden sind vergangen, leider musste ich das Setup ein bisschen umbauen. Ihr seht im Hintergrund, die Feuertonne ist aus. Das raubt einfach zu viel Energie aus dem Dutch Ofen, der kalte Regen. Deshalb habe ich umgerüstet. Die ganze Sache geht jetzt auf dem Gasgrill weiter. Links ist der Brenner auf voller Stärke, rechts ebenfalls. In der Mitte steht der Dutch Ofen. Es ist einiges an Flüssigkeit verkocht. Das werde ich gleich mit dem Kinderpunsch anfüllen und dann nochmal kräftig würzen. Die Orange nehme ich einfach, zerdrückt diese. Somit bekommt das Gericht nochmal die letzte winterliche Note. Hier geht jetzt nochmal für ca. eine Stunde der Deckel drauf. Man kann das Ganze nochmal gut durchziehen. Jetzt mache ich allerdings diese Luftöffnung zu. Der Pfeil zeigt quasi nicht auf diese Öffnung. Und somit bleibt die Flüssigkeit im Topf und kann weiter vor sich hinziehen. Das Ganze war jetzt nochmal beim indirekten Setup für eine Stunde bei 200 Grad auf dem Gasgrill. Jetzt werde ich den Topf ein bisschen zur Seite schieben. Wir werden das Fleisch raussammeln und das Ganze dann gleich pürieren. Man sieht, dadurch, dass die Luftöffnung verschlossen war, konnte auch nicht so viel Garflüssigkeit verloren gehen. Der Großteil vom Fleisch ist rausgesammelt. Den Rest im Topf werde ich jetzt pürieren und im Anschluss das Fleisch zerkleinern. Ich nehme ein, ich nehme ein, ich nehme ein. Dann kann auch schon serviert werden. Zu dem Ganzen würde ich ein frisches Baguette empfehlen. Oder natürlich auch Klöße. Passt auch hervorragend. Ich habe jetzt hier das Baguette. Und werde es mir jetzt schmecken lassen. Kleine Kostprobe für euch. Super, super lecker. Für mich eines der besten Wintergerichte. Aber ich kann euch viel erzählen. Von daher würde ich euch empfehlen, das einfach nachzukochen. Geht natürlich nicht nur im Dutch Ofen. Geht vermutlich auch genauso gut im Topf auf dem Herd zu Hause. Von daher scheut euch nicht. Die Zutaten werde ich unten in der Beschreibung nochmal vermerken. Ich denke das ganze Gericht reicht für ca. 6 Personen. Genau, je nachdem wie viel Hunger jeder Einzelne hat. Sollte das klappen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, ein Abo. Und dann werden wir uns wiedersehen. Ob das nun beim nächsten Mal im Wald ist oder ob ich wieder hier grille. Das wird der Wettergott entscheiden. Wir werden sehen. Ich lasse mich überraschen. Von daher seid gespannt und schaltet wieder ein. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.